Let's go. Bist du soweit? Ich bin immer soweit. Dir gefällt das neue Mikro, ne? Ich könnte reingeißen. Ja, man merkt es und man hört es auch. Völlig neues Setting, neue Mikros vor unseren riesigen Klappen. Ich Kopfhörer auf, was ist hier los? Gleich erfahrt ihr es. Ja Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe es eben schon angesprochen, ein komplett neues Setting. Ein alter Gast, Michael Truppe, auch genannt, wie wir jüngst erfahren haben, Truppe Haug. So alt bin ich aber nicht, gell? Mach mich denn älter als ich bin. Naja, aber ich bin jetzt zum vierten Mal auf jeden Fall hier bei YouTube dabei. Aber was heißt denn schon YouTube? Wir haben hier Podcast-Mikros vor uns. Der Michael hat nämlich gesagt zu mir, bevor ich dieses Video aufnehmen wollte, meinte, warum nicht gleich auch, du willst doch einen Podcast machen, also lass uns Podcast aufnehmen. Und deshalb machen wir genau das. Innerhalb weniger Sekunden. Ja, freut man so drei Minuten, jetzt sind schon eh wenige Sekunden. 180. Hast du entschieden. Habe ich mich entschieden, weil ich ein unglaublich flexibler Mensch bin. Ja, total. Habe ich mich entschieden, wir nehmen heute einen Podcast auf und lassen Video einfach nebenbei mitlaufen. Und wir haben auch ein ganz klares Thema. Das Thema lautet? Durchhalten oder abbrechen. Genau. Wichtiges Thema, das ich finde. Ist ja die Frage, oder? Soll ich die Beziehung abbrechen, die ich habe, oder nicht? Soll ich den Job, den ich nicht cool finde, abbrechen oder soll ich durchhalten? Ganz genau. Das ist ja ein Thema, das berührt eigentlich jeden und auch ständig. Ja, also ich kriege das oft mit, auch bei meinen Klienten. Ich habe ja viele angehende Profisportler. Und da spielt es natürlich auch immer eine Rolle. Reicht es wirklich für die Weltspitze? Denn nur da verdienst du irgendwie Geld. Wenn du irgendwie, sag ich mal, Top 100 bist, dann kannst du davon leben. Man wird nicht jünger, dann ist man 24, 25. Das klingt erstmal alles extrem jung. Aber für einen Sportler ist das schon fast Mittelalter sozusagen. Und dann stellt sich eben genau die Frage her. Was mache ich jetzt? Breche ich meine Profikarriere ab? Lerne ich noch was Neues oder werde ich Trainer? Oder verpasse ich die große Chance und ich komme vielleicht doch groß raus? Weil ich meine, es gibt immer wieder die Situationen. Es gibt die Tennisspielerin Julia Görges, die ist jetzt, glaube ich, 29 oder 30, ist gerade riesig am Durchstarten, war Top 10 oder ist, glaube ich, sogar im Moment Top 10. Klar, kann passieren. Aber wie groß ist die Chance? Und da stellt sich zum Beispiel immer wieder diese Frage. Ja, durchhalten, es nochmal versuchen oder eben abbrechen. Kennst du solche Situationen auch, Michael? Ja, kennt ja jeder. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also ich kenne es, ich habe viele Jahre als Leiharbeiter gearbeitet und habe, ich hatte eine Zeit, wenn mir die Firma nicht gepasst hat, dann habe ich bei der Leiharbeitsfirma angerufen und gesagt, hör zu, finde ich cool, möchte eine andere Stelle. So, so bringst du es im Berufsleben aber zu nichts, im normalen Angestellten-Dasein, weil du brauchst ja Vertrauen zu der Firma, die Vertrauen, die Firma zu dir, deine Vorgesetzten in dich und so weiter. Und wenn das nicht da ist, kann es ja nichts werden. Mhm. Und ich habe dann eine Meisterausbildung gemacht und da war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich packe es nicht, ich höre es auf. Aber irgendwas in mir hat gesagt, nee, jetzt zieh doch endlich im Leben mal irgendwas durch. Okay. Und ich habe es durchgezogen. Ich meine, es hat mich auf die Spur gesetzt. Mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich Dinge durchziehe. So, sei es im Fitnessstudio, jetzt blödes Ding, ja komm, eine Wiederholung geht noch. Oder ich prügel mich jeden Montag und Freitag hin, das halte ich jetzt auch durch. Ich ziehe Dinge jetzt durch. Und das ist schon ein wichtiger Skill, wie ich finde. Allerdings ist es natürlich schwer, wie du gesagt hast, den Punkt zu finden, wann macht es denn Sinn abzubrechen und wann macht es denn Sinn durchzuhalten. Genau, weil so wie wir beide jetzt so darüber reden und auch denken, klingt es immer so, durchhalten ist, ja, das sind so die Sieger, das sind die, die durchhalten und seit ich durchgehalten habe. Oder aushalten kann man ja auch mit durchhalten vergleichen. Also, halte es aus, was jetzt so ein bisschen negativ belastet ist. Für mich hat es immer noch so die gleiche Färbung irgendwo. Das ist das, der hält es aus, der hält es durch, der ist konsequent. Und dann gibt es halt diejenigen, die abbrechen. Das ist immer gleich so negativ belastet. Oh ja, okay, hat er nicht durchgehalten. Das ist immer so, ja, der kommt aus seiner Komfortzone nicht raus. Ist ja auch häufig der Fall. Aber vielleicht halt auch nicht immer. Die Grenze, das ist die Frage. Wo zieht man die Grenze zwischen, ach, das ist ein typischer Abbrecher und der hält, halte doch mal durch. Ja, genau. Auch das Wort durchhalten. Ich finde, durchhalten ist auch wieder, für mich ist durchhalten negativ belastet, weil durchhalten auch aushalten bedeutet. Und aushalten heißt, jemand erträgt etwas. Und ertragen ist bei mir nichts positiv Belastetes. Weitermachen, sagen wir weitermachen vielleicht. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwo abhängig von der individuellen Lebensgeschichte. Also bei mir ist eben wirklich so, dass ich vielleicht, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich so erzogen worden bin. Eigentlich würde ich sagen, dass meine Eltern mir immer sehr viel Freiheit gegeben haben, mich nie irgendwie angehalten haben, etwas durchzuhalten. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke in meinem Leben, waren so die Sachen, die ich durchgehalten habe, das habe ich dann auch immer irgendwie hinbekommen. Egal, ob jetzt im Beruflichen, wenn ich irgendwelche Interviewpartner haben wollte. Ich weiß, ich hatte jahrelang den Wunsch, ich will Hilary Hahn, das ist eine Grammy-Preisträgerin, eine ganz weltbekannte Violinistin. Die wollte ich mal interviewen. Die habe ich mehrfach im Konzert gesehen. Ich habe gesagt, die Frau, die möchte ich mal interviewen. Da möchte ich mal mentale Fragen stellen. Das hat jahrelang gedauert. Weil ich habe immer wieder angefragt beim Management International natürlich. Und irgendwann hat es geklappt. Irgendwann ist das zu ihr durchgekommen. Und sie hat gesagt, ja klar, finde ich cool. Irgendwie mal ein anderes Interview. Wir reden mal über was Mentales. Und dann habe ich mit dieser, glaube ich, mittlerweile dreifachen Grammy-Siegerin ... Was ist das Grammy? Der Oscar der Musik? Sozusagen, genau. Drei Stunden über mentale Themen unterhalten. Das ist etwas, das werde ich meinen Erlebtag nicht vergessen. Oder auch im Privatleben. Ich habe auch bei Beziehungen, ist mir nicht alles zugeflogen. Sondern ich habe teilweise wirklich echt lange gekämpft. Und ich würde jetzt mal sagen, die, die es aus der Retrospektive wirklich wert waren, da hat das dann auch irgendwo funktioniert. Ja, bei Beziehungen ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube schon auch, der Beziehungsprofi-Truppe spricht nicht. Also ich glaube schon auch, dass, also ich kenne auch viele Geschichten, wo der Mann auch lang an der Frau rumgegraben hat, bis es was ist. Ich glaube, das kann man so ein bisschen ausgrenzen. Aber ich glaube, es ist auch insofern wieder ein ganz gutes Beispiel, weil es doch oft auch in Beziehungen so ist, dann läuft es nicht so richtig toll. Und dann denkt man aber auch wieder, jetzt sind wir schon so lange zusammen und eigentlich kennen wir uns doch auch recht gut. Vielleicht sind sogar Kinder im Spiel. Ja, aber das ist ja dann durchhalten. Ja, eben, genau. Aushalten. Und dann ist eben auch wieder die Frage, ist es das denn wert oder ist es dann vielleicht doch besser, auch irgendwann da mal zu sagen, so Leute, also zu deinem Partner oder deiner Partnerin dann zu sagen, Frau, lohnt sich es denn noch? Oder sollten wir uns nicht gegenseitig eingestehen, dass das eben ein Projekt ist, das ins Leere läuft? Ich kann da nur emotionslos mitreden, weil ich das nur theoretisch kenne. Ich würde es jetzt eher so auf Dinge im Leben, den Job, ja, ich habe einen Chef, das ist ein Arschloch und ich weiß nicht, wechselt der Chef mal in ein paar Jahren oder kriege ich vielleicht die tolle Stelle. Ich würde es eher so auf die Thematiken, quasi auf den Alltag ein bisschen beziehen als auf Beziehungen. Ich kenne die Frage aus dem Berufsleben. Ich habe oft genug Jobs gehabt in meiner Leiharbeiterkarriere, wo ich oft überlegt habe, okay, liegt das jetzt an dir, dass der Job so scheiße ist oder ist das der Vorgesetzte? Also für mich waren ja früher immer alle anderen schuld, außer ich. Und da hat sich schon oft die Frage gestellt, halte ich das jetzt aus oder wechsle ich einfach den Job? Und ich habe den Job oft gewechselt und dann irgendwann mal gemerkt, die Probleme wandern mit. Also wenn die Probleme mitwandern, dann ist es komisch, wenn du die gleichen Probleme überall hast. Es ist möglicherweise, hat es doch was mit dir zu tun und gar nicht nur mit dem Job oder mit dem komischen Chef. Genau. Und da war für mich halt immer, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber für mich war halt immer die Frage, durchhalten oder nicht. Und ich habe sehr früh immer sehr viel abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, Flöte gespielt mal ein paar Wochen, Keyboardunterricht und Gitarrenunterricht und was weiß ich, und was ich alles Unterricht hatte. Aber das hat mich alles überhaupt nicht so interessiert. Und für mich stand es auch nie zur Auswahl, irgendwo durchzuhalten. Mir fällt jetzt doch auch gerade ein Beispiel aus meiner Kindheit ein, weil ich vorhin so pauschal mal gesagt habe, meine Eltern haben mir eigentlich immer alle Freiheiten gelassen. Es gab so eine Situation, ich habe früher, ich habe mit acht Jahren mit Karate angefangen und dann gab es irgendwann mal so eine Phase. Karate Harald. Ja, Karate Harry. Besser als Truppe Haug. Auf jeden Fall. Und da gab es irgendwann so eine Phase, ich glaube, da gibt es ja immer so Prüfungen, so Gürtelprüfungen, wo du dann wieder eine neue Farbe bekommst. Und dann bin ich durch irgendeine mal durchgeflogen und dann wollte ich aufgeben. Ja. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern dann doch gesagt haben, also so einfach jetzt mal eben das hinschmeißen, das gibt es nicht, aber du machst das jetzt bis zum Jahresende, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber irgendeine Frist. Bis dahin machst du es weiter, wenn du es dann immer noch aufhören willst, dann darfst du. Und das war eigentlich gar nicht schlecht, weil ich erinnere mich, dass dann in diesem Zeitraum, wo ich sie weitermachen musste, gab es dann noch eine Prüfung. Ich habe die dann bestanden. Ich hatte dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, mein lilanen Gürtel oder sowas. Und auf einmal war die Motivation wieder da. Und insofern gebe ich dir da recht. Ich glaube, so als eine gewisse erzieherische Maßnahme, um vielleicht dem Kind auch die Erfahrung zu ermöglichen, zu sehen, manchmal gehört so ein Tief dazu und man muss sich da auch mal durchkämpfen, denn danach kann auch wieder ein super tolles Hochkommen. Richtig. Dafür ist es vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe gerade so eine kleine Erkenntnis aus dem Gespräch. Und zwar glaube ich, dass man sagen kann, dass man auf keinen Fall nach einer negativen Erfahrung mit etwas aufhören darf. Weil dann schürst du dieses Abbrechen. Weil dann konditionierst du dich darauf zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl, weil ich habe immer nach schlechten Gefühlen abgebrochen. Und das erzeugt ja in dir dann so ein Ding, wenn es dir scheiße geht, brichst du einfach ab, renn davon. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich das in meinem Leben auch so hatte. Wir nennen es die truppsche Regel. Das muss sofort eine Truppe-Hauk-Regel ist. Die haugsche Regel. Truppe-Hauk klingt sehr akademisch. Ich hätte mal zwei Nobelpreisträger dran gesessen, der Truppe und der Haug. Ja, genau. Das war ja der Truppe-Hauk. Das ist die Erkenntnis, weil das meine ich, an dem könnte man schon irgendwie festmachen, zu sagen, als Regel, wenn etwas schlecht läuft, auf keinen Fall danach abbrechen, aufs nächste Hochgefühl warten. Und wenn dann das Hochgefühl nicht so hoch ist, wie es sein sollte bei etwas, wo man gerne macht, dann ist es, glaube ich, Indikator zu sagen, okay, dann läuft irgendwas falsch. Wenn ich mich über einen Erfolg nicht so wirklich tief freuen kann, dann ist es nicht meins. Aber vielleicht gibt es einen Punkt, der kommt mir gerade noch so in den Sinn. Jetzt kommt die nächste Regel, pass auf. Jetzt hauen raus. Jetzt kommt die Harry-Dope-Regel. Jetzt kommt die Harry-Dope-Regel, hauen raus. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall in dem Moment nochmal sich selbst kritisch hinterfragen, ist das jetzt eine Bequemlichkeit, warum ich möglicherweise abbrechen will? Drücke ich mich vor einem großen Aufwand, vor Arbeit möglicherweise? Oder habe ich Angst? Oder habe ich Angst zu versagen? Ja, genau. Ich finde diesen Aspekt, den kann man schon mal einfließen lassen, dass man wirklich sich überlegen kann, ist das jetzt wieder ein Rückzug in deine Komfortzone? Oder ist es wirklich, dass du dir realistisch sagst, vielleicht reicht es nicht? Da muss ich aber schon sehr weit sein, denke ich, dass du dir das ehrlich eingestehst. Beim Fünfljährigen mit dem Flöten ist vielleicht nicht so gut. Ich glaube, das müssen einem die Eltern abnehmen. Aber wenn es jetzt wirklich um, nehmen wir mal so deinen Fall. Aber da haben wir aber auch wieder eine Untergrenzung. Schau mal, wir machen es ja in einem Alter fest. Also kann man ja fast schon sagen, bis zu einem Alter X müssen das die Erziehungsberechtigten. Ja, die Frage, ob man das am Alter, ob man da jetzt sagen kann. Im Fünfjährigen sollte, es gibt da auch wahrscheinlich 100 Millionen Ansätze. Und Leute sagen, ich habe das anders gemacht und aus den Leuten ist nichts geworden. Und 100 Leute, die sagen, ich habe es so gemacht und aus den Leuten ist was geworden. Es ist nicht der Lösungsansatz schlechthin, aber ich glaube, es ist ein Aspekt, den man auch noch mal durchdenken sollte. Und ich glaube übrigens auch, um jetzt auf das für dich ungeliebte Thema Beziehung zurückzukommen. Nee, nicht ungeliebt, aber ich kann da jetzt nicht über einen reichen Erfahrungsschatten. Ich habe viel zu sagen zu dem Thema, aber das beruht halt auf keiner Erfahrung. Selig diejenigen, die nichts zu sagen haben und trotzdem schweigen. Ist schön, das ist ein Harald-Dope-Zitat, oder? Ja, so ungefähr. Nein, aber dann lass mich was dazu sagen. Ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Es gab Beziehungen, da habe ich zu lange gekämpft. Und es gab Beziehungen, wo ich heute sage, Gott sei Dank, hast du da dann irgendwann mal... Woher hast du es festgemacht? Das ist ja die Frage jetzt. Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, es war irgendwann so dieser Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, jetzt mal realistisch betrachtet. Wo ich auch diejenigen, die mir so ein bisschen schon folgen, die kennen das Dissoziieren, wo ich mal so ein bisschen mich von außen betrachtet habe, sozusagen als Außenstehender auf meine eigene Situation geguckt habe und überlegt habe, so Harald, macht das noch Sinn? Ist das, glaubst du wirklich, dass wenn du in einer Beziehung so sehr kämpfen musst, wie du das jetzt tust oder wie das vielleicht beide tun, aber irgendwie nicht sonderlich erfolgreich, macht das wirklich noch weiter Sinn? Glaubst wirklich, dass das irgendwann mal eine glückliche Beziehung ist, aus der du mehr rausziehst an Energie als reinsteckst? Weil das ist so das, was ich eigentlich so als Grundziel auch einer Beziehung sehe, dass man da Energie eher rausholt, als reinsteckt, unterm Strich. Ja, dass ich mir diese Frage gestellt habe, dann ist es natürlich immer noch schmerzlich, weil da natürlich extrem viele Emotionen eine Rolle spielen. Aber auch da wieder in der Retrospektive, wenn ich da jetzt so drauf gucke, muss ich sagen, ja, die Beziehungen, die ich aufgegeben habe, die waren es auch echt nicht wert. Und da, wo ich gekämpft habe, da muss ich sagen, da hatten wir wirklich ein paar schöne Jahre. Okay. Will nur sagen, auch da, ich glaube auch im Beziehungsthema, auch da sollte man nicht bei der kleinsten Kleinigkeit, wo es mal ein bisschen schwer wird, es gibt ja immer so dieses Beispiel, wenn du dich wirklich nur daran störst, dass deine Partnerin oder dein Partner wieder mal die Zahnpasta-Tube nicht zugemacht hat. Wenn dich das schon stört, das ist vielleicht dann doch stark in die Komfortzone zurückgezogen. Vielleicht nicht so der richtige Grund, um eine Beziehung wirklich zu beenden, aber wenn du wirklich merkst, es ist wirklich, es ist ein ewiger Kampf, sei mal realistisch, glaubst du wirklich, dass das aufhören wird, dass das nochmal glücklich wird, dann macht es vielleicht auch da Sinn, zu sagen, beenden und neue Wege gehen. Ein neues Pferd reiten. Oh, das klingt jetzt chauvinistisch, oder? Nö, das kann man ja als Metapher sehen. Ja, bitte, bitte, versteht es als Metapher. Wollen wir es da beenden? Ja, fass mal zusammen. Hab ich doch gerade. Gut. Sag du nochmal deine Truppe-Hauk-Regel. Die Truppe-Hauk-Regel. Also, wenn es scheiße läuft, auf keinen Fall dann sagen, ist nichts für mich, sondern abwarten, ob ein Hoch nochmal kommt und dann reinfühlen. Fühlt sich das Hoch toll für mich an, fühle ich mich plötzlich wieder, ist das scheißegal, ist super, mir gefällt es doch. Oder sage ich bei dem Hoch, ja, schön, aber ist nicht meins, dann kann man, denke ich, guten Gewissen sagen, lasse ich bleiben. Wenn es nach Sidewards geht und stagniert, wäre für mich eigentlich auch ein Ziel, zu sagen, nö, breche ich ab, weil ich will ja dieses Hochgefühl auch haben. Dazu mache ich ja Dinge. Das wären so meine Indikatoren. Okay, dann sage ich meine zwei Dinge noch. Zum einen, überlegt auch mal, ob es wirklich nur Bequemlichkeit ist, warum ihr eine Sache abbrechen wollt, oder ob es wirklich einfach ist, dass ihr eure Situation realistisch durchdacht habt. Das ist das eine. Und das andere fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich glaube, das waren auch die zwei wichtigsten, oder? Das ist das wichtigste. Die Truppe-Hauk-Regel und die Harald-Dob-Regel. Genau. Und die letzte Frage, die uns zwei jetzt hier noch interessiert, das ist die, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr eher Durchhalter oder eher Abbrecher? Habt ihr vielleicht auch ganz andere Kriterien, wann man durchhalten und wann man abbrechen sollte? Schreibt es uns als E-Mail an harald.dobmeier.com oder, kennt ihr ja schon, auf die neue Sprach-Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal, E-Mail an harald.dobmeier.com oder auf die Sprach-Mailbox 06173 608 4806. In diesem Sinne. Macht es gut, Servus. Genau. Bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid beim Podcast weiter dabei in Zukunft. Bis denn, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.